Dies ist die erschreckend und furchtbare Geschichte des Grafen Dracula. Es gibt sie doch, Vampire. Dieser hier ist nicht wie alle anderen. Er kann die unschuldigsten Wesen verändern. Oh, Jonathan, ich möchte dich küssen. Aber Lucy, ich bin Engländer. Das sind die hier auch. Frauen liefern sich seinem Einfluss willenlos aus. Steh auf. Und jetzt geh zur Verandatür. Vorsicht! Er ist von teuflischer Begierde. Sie ist noch am Leben. Sie ist Los Ferratu. Sie ist Italienerin. Da oben! Macht keinen Fehler. Er muss aufgehalten werden. Leslie Nielsen und Mel Brooks. Dracula, tot, aber glücklich. Ach, es ist toll, tot zu sein! Aja, ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Untertitelung des ZDF, 2020